Oh Mann, es lebe das Leben. So und jetzt schön aus. Ja, abkühlen. Komm schon, ruh dich mit mir aus. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal von welchem Flick, was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt. Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Steinen, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, da schmeißt man deine Sorgen über Bord. Jawohl. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, greifst du, sonst nimmt es dir ein anderer fort. Yeah. Gemütlichkeit ist unser Zauberbord. Jawohl. Ha, 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 ha.